Lifty und Scoop, die Roboter und Lea, machen sich schnell auf den Weg. Los geht's! Und wer kommt da? Na Leo, ist doch klar, der kleine Lastwagen gibt Gas. Los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, Leo, Leo der Lastwagen. Leo, der Lastwagen und Scoop, der Bagger, bereiten sich auf Halloween vor. Lea weiß nicht, was die beiden vorhaben. Hallo! Wie geht's euch? Angst, Hase! Ha, die ist doch gar nicht echt. Die ist für die Geisterbahn im Freizeitpark. Und die Kürbisse in Leos Ladekasten sind auch für den Freizeitpark. Bis später, Lea. Wir haben viel zu tun. Bis später, Freunde. Heute haben die Autos etwas ganz Besonderes vor. Sie wollen eine Geisterbahn bauen. Die Roboter sind auch schon da. Der Kran hebt die schweren Teile hoch. Die Roboter helfen natürlich auch mit. Genau wie Scoop. Und Leo. Die Kürbisse kommen vor den Eingang. An die Wand kommt eine Fledermaus und ein Spinnennetz. Hab keine Angst, kleiner Roboter. Über das Eingangstor kommt ein Bild mit einer Spinne, einem Geist und einem Kürbis. Hallo! Lifty fährt mit der Geisterbahn. Er ist gespannt, was ihn erwartet. Mal sehen, ob Lifty sich erschreckt hat Ach, ich hatte keine Angst Nein? Was hast du denn in der Geisterbahn gesehen? Man sieht ja gar nichts Leo, du musst in der Geisterbahn Lampen aufhängen Sonst ist es zu dunkel, um irgendwas zu sehen Leo, Lifty und Scoop fahren zum Schrottplatz, um Lampen zu suchen Was macht Lea denn da? Malst du? Ja Ist es okay, wenn wir hier Lampen suchen? Mhm Ist das eine Maske? Psst Lea malt sich ein Kostüm Oh, Scoop hat Glühbirnen gefunden Gut gemacht, Scoop Leo hat auch drei Glühbirnen gefunden Und Lifty hat drei Kisten mit Glühbirnen gefunden Das sind genug Lampen für die Geisterbahn Die Roboter sind schon ungeduldig Sie möchten endlich mit der Geisterbahn fahren Beeil dich, Leo Häng die Glühbirnen auf Drück auf den Knopf Ich hab keine Angst Hm, diese Glühbirnen sind zu hell Versuchen wir es mit den anderen Drück auf den Knopf Oh Ich seh gar nix Versuchen wir es mit diesen Glühbirnen Na also Es wird dunkel Die Lampen gehen an Und die Kürbisse leuchten auch Unsere Freunde fahren in die Geisterbahn Und die Kürbisse leuchten und die Kürbisse leuchten Ich glaub, sie haben sich erschreckt Oh Also mich kann nichts erschrecken Puh Oh Lea Tolles Kostüm Habt ihr euch erschreckt? Hier Ich hab Süßigkeiten mitgebracht Greif zu Happy Halloween Lifty und Scoop Die Roboter und Lea Machen sich schnell auf den Weg Los geht's Und wer kommt da? Na Leo ist doch klar Der kleine Lastwagen gibt Gas Los komm doch mit Denn das macht großen Spaß Leo 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 der Lastwagen Das ist das Haus der Roboter Es ist früh am Morgen Roboter, bist du schon wach? Guten Morgen Was ist das denn? Eine Überraschung? Haha Der Roboter weiß nicht, was das sein soll Hallo Roboter Das ist ein Ei mit einer Überraschung drin Blauer Roboter Wirf das Ei runter Na also Aha Jetzt wissen wir, von wem das Überraschungsei ist Das ist Lea Und Leo hilft auch mit Hallo Leo Hast du alles? Na klar Die Teile kommen alle in die Eier Deckel drauf Und jetzt verstecken wir die Eier Leo und Lea werden die Eier verstecken Und ihre Freunde Scoop, Lifty und die Roboter müssen dann auf Eiersuche gehen Mal überlegen, wo könnten wir die Eier verstecken? Okay Ein Ei kommt hier hin Und eins hier Schon besser Alle Eier sind versteckt Scoop, der Bagger, fährt aus der Garage raus Hä? Oh Interessant Lifty hat auch schon eine Überraschung gefunden Wo wollen denn die Roboter mit ihrem großen Ei hin? Schaut Ich habe ein Ei gefunden Ich auch Und die Roboter auch Das sind Überraschungseier Na los Mach sie auf Äh Hm Lifty Das wird spaßig Was hat Scoop bekommen? Einen kleinen Waggon Und die Roboter? Bahngleise Und was ist in Lifty's Ei? Noch ein Waggon Lasst uns die Bahngleise zusammenbauen Stellt die Waggons auf die Bahngleise Und wo sind die restlichen Teile? In den anderen Eiern Und ihr müsst die Eier suchen Hurra Alle sind begeistert Na Dann macht euch mal auf die Suche Lifty will zwischen den kaputten Autoteilen nach Eiern suchen Oh Etwas Rundes Ist das ein Ei? Das ist ein Scheinwerfer Äh Schau mal Zwei Eier Bravo Und was macht Scoop? Er sucht keine Überraschungseier Will er etwas backen? Ich bereite auch eine Überraschung vor Er backt Schokoeier Mmmh Lecker Hier ist noch ein Überraschungsei Mmmh Juhu Vorsicht Roboter Hoch mit dir Lea Kannst du den Robotern helfen? Roboter Kalt Da ist nichts Wärmer Wärmer Kälter Heiß Der lilafarbene Roboter hat das Ei gefunden Lasst uns die Eier aufmachen Eine Lokomotive Lifty Und was ist in deinen Eiern? Ein Waggon Bahngleise Und eine Brücke Wo ist denn Scoop? Überraschung Was für ein Spaß Das war ein toller Tag Voller Überraschungen Lasst uns mit dem Zug spielen Liffy und Scoop Die Roboter und Lea Machen sich schnell auf den Weg Los geht's Und wer kommt da Na Leo ist doch klar Der kleine Lastwagen Gibt Gas Los komm doch mit Denn das Macht großen Spaß Leo 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 der Lastwagen Leo und Lea Bauen eine Sandburg Fertig Wow Wie schön Auf dem Fluss fährt ein Boot Der rote Roboter steuert es Und die anderen beiden Roboter versuchen es einzuholen Wer ist am schnellsten? Vorsicht Kebum Der blaue Roboter ist auf eine Sandburg gefallen Hast du dir weh getan? Mit dem Roboter ist alles okay Aber die Sandburg ist kaputt Na warte, wenn ich dich in die Finger bekomme Scoop ist sauer Bleib stehen Hey Beruhige dich Scoop Lass die Roboter in Ruhe Scoop, das bringt doch nichts Fangen wir nochmal an Das ist eine gute Idee Ihr könnt eine neue Sandstück bauen Und alle helfen mit An die Arbeit Scoop holt Sand Liffy hat eine Flagge für den Turm gefunden Hey Roboter Hilft auch mit Eine Welle hat die Brücke weggeschwemmt Das bringt alles nichts Das Wasser wird die Sandburg kaputt machen Liffy Das ist eine Sandburg Früher oder später stürzt sie ein Wir überlegen uns etwas Hm Ich kann ja ein Bild davon malen Dann können wir sie uns immer wieder ansehen Lea, warte Lass uns ein Foto von der Sandburg machen Oh ja Und eins von mir Leo Dafür braucht ihr einen Fotoapparat Was hast du denn alles mitgebracht? Ein Gehäuse Eine grüne Zoom-Taste Eine Linse Ein Bildschirm Darauf kann man die Fotos sehen Ein Gurt Ein Blitzlicht Damit man auch Nachtsfotos machen kann Ein blauer Drehknopf für den Timer Und am wichtigsten Ein roter Knopf Damit schießt man die Fotos Zwei Gummigriffe Damit man den Fotoapparat besser halten kann Eine Batterie Der Fotoapparat ist fertig Ich zuerst Scoop ist unser Fotograf Lächelt und sagt Cheese Die Autos waren noch nicht so weit Versuchen wir es nochmal Stellt euch alle neben die Sandburg Lifty Rutsch näher an die Sandburg Seid ihr so weit? Irgendwas stört Scoop Er ist nicht auf dem Foto Versuchen wir was anderes Es sind nicht alle auf dem Foto Lass mich mal Die Sandburg Scoop Gib Lea den Fotoapparat Sie möchte auch ein Foto machen Jetzt ist Leo der Fotograf Jetzt Lifty Jetzt ich Und nun der rote Roboter Das habt ihr gut gemacht Aber wie können wir ein Foto machen Auf dem alle drauf sind? Da ist doch ein Timer Stimmt Ihr müsst den Fotoapparat Auf ein Stativ stellen Und den Timer einstellen Dann könnt ihr ein Foto machen Auf dem alle zu sehen sind Lifty Hast du ein Stativ? Hast du ein Stativ? Leo Triff deine Wahl Möchtest du den Fotoapparat an die Angelschnur hängen? Wie wäre es mit einem Hockeyschläger? Nein, der Fotoapparat gehört auf ein Stativ. So, man kann auch ganz einfach den Winkel einstellen. Gehen wir und schießen ein paar Fotos. Leo, schau auf den Bildschirm und sag jedem, wo er stehen soll. Roboter nach rechts. Nicht alle gleichzeitig. Ach je. Nach links. Stopp. Scoop, setz dich. Äh, was? Setz dich. Leo, komm, hierher. Der Timer ist eingestellt. 5, 4, 3, 2, 1. Ein tolles Foto. Und nochmal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.